Hallo zusammen. Heute wollen wir eine kleine Fingerübung machen. Wir installieren WordPress auf ein Ubuntu, welcher Hetzner Cloud angemietet wird. Versuchen wir es. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht selbst. Let's see. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020